fritzchen geht die straße entlang und sieht wie ein mann aus dem puff kommt edge onkel ich habe gesehen wo du rausgekommen bist zwei euro oder ich verpetze dich der mann gibt fritzchen widerwillig zwei euro und geht weiter am nächsten tag sieht fritzchen wie der gleiche mann aus einem normalen haus kommt edge onkel jetzt weiß ich auch wo du wohnst zwei euro oder ich sag wo du gestern warst damit ruhe ist gibt der mann fritzchen noch einmal zwei euro abends reinigt fritzchens mutter die hose und dabei fallen die zwei zwei euro stücke auf den boden die mutter möchte wissen wo das geld her ist aber fritzchen verrät nichts daher muss fritzchen am nächsten tag zur beichte gehen im beichtstuhl wird fritzchen gefragt na mein sohn was hast du denn zu beichten jetzt weiß ich auch wo du arbeitest